Auf jeden Fall kommt das gar nicht so schlecht. Und da unten haben wir Jensens Platz, habe ich gesehen. Was ich aber auch interessant finde. Yes, Cock Whistle, vielen Dank für den Follow. Danke vielmals, sehr nett von dir. Sehr nett. Gut, eben, was ich auch sehe, ist, wenn ich so die Karten anschauen, da hinten habe ich ja noch eine große Fläche. Das heisst, ich könnte da hinten so ein wenig... Ja, dann vielleicht auch noch mal einen kleinen Park machen, oder sonst irgendetwas Spezielles. Das Hotel kann man sicher irgendwo noch hin platzieren. Dann da auch noch mal ein Gehege bestimmt. Ich weiss noch nicht genau, wie wir das machen. Aber ich freue mich, das wird wirklich auch ein tolles Park da. Jawohl, von dem her müssen wir jetzt mal warten, bis wir da ein bisschen Geld bekommen. Und zum Geld machen können wir mal schauen, vielleicht haben wir da irgendwie irgend so etwas Missionstechnisches, was wir machen könnten. Wir haben da ein neues Angebot. Warten Sie nicht zu lange. 600 Leute, wie viele haben wir denn jetzt? Wachen wir mal, wie viele haben wir jetzt? Das nimmt mir jetzt wirklich Wunder. die Gastzahl über 600. Wieviele haben wir? Missionenruf, Inselbewertung. Ich stelle dann so ein wenig die Gästezahl. 472, alright. Jaja, das sollten wir eigentlich schaffen, wenn jetzt nicht gerade wieder ein Sturm kommt und Zeug und Sachen, alles drum und dran. Und inzwischen ist es halt wirklich so, was ich denke, was wir bald mal haben müssen, ist allenfalls, ja, vielleicht ein Restaurant oder so, um noch etwas Kohlen zu machen. Ich denke, das Fossilienzentrum ist schon Priorität Nummer eins. Weil ich kann hören sagen, dass ich dann ja den Kohlen zwischen den Inseln rumschieben kann. Also Sachen von den Fossilien, die geforscht werden. Und ich glaube, das ist ja so ein wenig sehr, sehr wichtige Aktivität da. Aber ich finde, der sieht geil aus mit diesem Muster. Der Cerato. Saurus. Wunderbar. 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 So. Ich komme mit dem falschen Knopf. Das glaubst du gar nicht. Gut. Also, da haben wir die Rangestation. Das ist gut soweit. Wie sieht es dann da hinten aus? Kann ich da auch nochmal weiter bauen? Schau mal. Da geht es ja auch nochmal ein rechte Stück hinterher. Das heisst, da könnte man die ganzen Betriebsgebäude, ACU und so weiter machen. Das ist gar nicht schlecht. Dahinten ist der Strom. Jaja. Ich bin mir gerade so ein wenig im Kopf, und überlege, wie wir das Ganze dann so zusammenstellen. Gut. Gut. Gut, 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 gut. Schon wieder 134.000. Stutz. Stutz. Bedeutet, wir brauchen mehr. Dann schauen wir nochmal, ob es da gleich noch missions to do gibt. einen neuen Auftrag. Einen neuen Auftrag. Machen wir da für die Security mal etwas. Ich würde Ihnen stark empfehlen, diesen Auftrag anzubauen. Jawohl, machen wir. Lebendware. Ich bin kein Held wegen der Dinge, die ich für unsere Besucher getan habe. Ich nenne mich nicht so. Naja, weil ich das nicht muss. Jeder andere hätte dasselbe getan und sich so verhalten wie ich. Nur haben sie das nicht. Doch ich habe es getan. Ich habe gehandelt. Heroisch. Der Owen Grady. Ja, ich finde es ja noch lässig, dass da irgendwie Charaktere vom Film auch ein bisschen einbunden haben entsprechend. Und was wir natürlich sicher auch machen irgendwann so im Lauf vom Let's Play irgendwie. Ich will auch im Film so einen Indominus Rex haben. Das ist geil. Ich will eigentlich alles haben, was man da freischalten kann. Also ich glaube aber auch, dass wir sehr viel Zeit mit dem Spiel da werden. Wir werden, ja, durchlassen irgendwie. Und ich mache es immer so. Also wenn du jetzt hier neu im Stream bist, vielleicht ganz kurz einmal eine kleine Hinweise in eigener Sache. Auf meinem YouTube Channel, den ich da jetzt gerade gepostet habe, ist es so, dass ich entsprechend immer alle Videos vom Stream natürlich im Nachhinein re-endere und dort laufen lasse. Ja, das heisst im Grossen und Ganzen, hast du irgendetwas verpasst oder irgendetwas, äh, ja, nochmal wollen schauen, kommt die entsprechende Folge sicher auf YouTube. Dann, auf YouTube gibt es natürlich aber auch noch die ganzen anderen Geschichten, äh, die anderen Let's Plays, die ich so am Planen bin, die ich Lust drauf habe, die ich mache. Ähm, ja, und da auf Twitch wie immer, Dienstag, Abend und Samstag. Aber morgen gibt es da den Mann mit der tiefen Stimme. Direkt in deinen Ohren. Schön, oder? Gut, also, da gehen wir sicher hinterher, da wird es noch Sachen geben, oder? Dann sind wir da, soweit. Ah, schau jetzt mal. Echt gute Arbeit. Machen wir da mal kurz ein wenig gerade hinterher, dass wir einfach mal so eine Windrichtung haben, oder? Das ist gar nicht schlecht. Wir können ja da das dann vielleicht noch etwas grösser hier runterziehen und da den Schutzkorridor weiter aufrechthalten, dass die nicht zueinander herkommen. Wie sieht es dann da unten aus? Ah, den Strand kann man nicht verbauen, aber da rein hat es dann sicher noch etwas Platz für ein wenig, ja, sonst irgendwelche Gebäude. Ich würde fast sagen, wir könnten da so eine coole Allee machen, oder etwas. Ähm, ich würde das mal vormarkieren. Was ist das? Normaler Weg, breit, kunstvoller Weg, breit. Kunstvoller Weg, breit. Ist das das gut gewesen? Ich glaube, kunstvoller Weg, breit. Braucht hier mehr Platz für Gebäude. So, gehen wir ab und da. Du siehst, der Grunmann ist ein wenig durchgeknallt. Aber hey, schön hast du den Weg zu mir gefunden. Da muss ich nicht immer mit mir selber reden. Oh. Hey, ich habe davon einer tollen Gelegenheit erfahren. Hören wir es an. 250.000. Dann würden wir sagen, hätten wir nachher das Fossilienzentrum. Und was bauen wir für das? Strutinomysaurier. Wie heisst er? Strutinomysaurier. Wie heisst er? Strutinomysaurier. Wie heisst er? Strutinomysaurier. Du weisst, was ich meine. So, und dann nochmal einen. Zack, 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 zack. Super. Very super. So, und sobald die bereit sind, bauen wir ein Fossilienzentrum. Jetzt ist auch die Frage, wie wollen wir das machen? Da hinten haben wir ja relativ viel Platz, haben wir gesagt. Das heisst, ich würde sicher da irgendwie, jetzt ist die Frage, warte mal. Wenn wir jetzt da hinten noch ein Ding machen, das Käfi. Ranger Station, können wir da hinten tun. ACU wäre sicher gut, wenn es da in der Nähe wäre. Weil wir da halt auch unseren kritischen Partner haben. Mr. Cerato in person. Genau, jetzt hätte man ganz ein Flachwasser wie zu machen. Mr. Es ist ja gleich. Ich mache es nicht. Weil das ist wieder so ein Witz, den eh nur ich verstand. Lassen wir das. Und wenn du gleich selbst erzählen musst, hat man auch etwas in den Chat hineinschreiben. Du bist herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Genau. Gut, also jetzt machen wir da hinten so einen Weg. Weil ich das Gefühl habe, das ist gar nicht so schlecht. Ranger Station. Dann machen wir den Weg von da so ein bisschen weiter. So. Wir machen alles relativ gerade jetzt einmal am Anfang. Das ist das kleine Schreien daherkommt natürlich. Genau. Oh, jetzt habe ich die Tür weg genommen. Sau blöd. Das genügt eigentlich so, oder? Gut. Also. Jetzt lassen wir mich mal bitte die zwei Dinos befreien da. Jawohl. Nummer eins. Nummer zwei. So. Und dann ist das gar nicht so eine üble Geschichte. Und damit sollten wir da bitte dann so schnell wie möglich den Colin rüberkommen. Ja. Dann machen wir da noch ein bisschen Kack. Oder warte, jetzt warten wir mal. Kann sie weiter so. Alles ist möglich. Jawohl. Das ist grundsätzlich sehr eine richtige Einstellung. Alles ist möglich. Alles kann, nichts muss. Und weißt du, wer es entscheidet? Meistens du selber im Leben. Ist das nicht eine geile Geschichte? Darum. Ja. I'm so happy to be alive. Also. Jetzt haben wir da das Fossilienzentrum. Das könnte man jetzt natürlich sagen. Okay. Das würde sich natürlich da hinten gut platzieren. Obwohl das Fossilienzentrum könnte ja auch etwas sein, das die Gäste vielleicht gerne schauen. Könnte sein, ja. Was würdest du denn davon halten, wenn wir das ein bisschen da hermachen? So. Hinter dem Betriebsgebäude. Dort hinten. So. Weisst du, wie ich meine? Gut. So. Dann nehmen wir hier noch eine Verbindung. Dann machen wir das hierher. Dann ist das schon mal angeschlossen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es stromtechnisch aussieht hier in dieser Ecke. Natürlich sehr schlecht, oder? Dann machen wir hier mal so eine komische Dings her. Fahren hier in den Wald mit den Stangen und dann hier rüber. Dass das nicht so auffällt. So. Wo ist es das? Ah, da. Ei, ei, ei. Nein. Nein, nicht das Umspannwerk. Nur die Masten. Gut. Hat der Strom. Hat der Strom. Hat der Strom. Er läuft. So, warte mal. Kaffee. Kaffee. So. Der erste kalte Kaffee ist auch schon leer. Nach 36 Minuten. Ei, ei, ei. Ich sage es euch. So. Jetzt ist das so. Siehst du. Jetzt ist das nämlich so wie gedacht. Hier haben wir ganz viele Sachen. Das können wir alles mal verkaufen. Warte mal. Das. Kann man auch verkaufen. Jawohl. Und das auch. Dann haben wir immerhin wieder 800'000 Schatz, was uns ja eigentlich so wie der Kickstar gibt für das nächste Zeug, das wir bauen werden. Gut. Wie sieht es da hinten aus? Wir haben da die Sturmstation. Aha. Abwehrstationen schützen die Gebäude des Parks vor Sturmschäden. Nützlich, was? Hm. Wie gesagt. Letztes Mal im Stream entschieden. Ich tue das nicht mehr vorlesen. Bla 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 bla. Da. Dann da unten nochmal. Sturm. Aha. Und. Ah. Alles gut. Super. Das heisst, da sind wir eigentlich gut im Range. Fossilienzentrum ist drin. Herrlich. Alles ist gut. Alles ist wunderbar gut. Dann. Wie komme ich da jetzt wieder raus? So. Sorry. Irgendwie da. Meine Tasten waren ein wenig schräg. Gerade so. Gut. Also jetzt haben wir da Pflanzenfresser-Kage. Ich behaupte gleich, ich möchte Tiere ein wenig glücklicher machen, als sie jetzt schon sind. Machen wir normal. Komm, Pflanzenfresser sind ja relativ weise im Handling. Komm, Pflanzenfresser sind ja relativ weise im Handling. Machen wir das so. Bis da. Dann hier parallel hochfahren. So. Und jetzt nehmen wir da unseren Abrissbagger. Machen wir das so. Weil ich habe das Gefühl, jetzt einfach nur für das Gesamtbild. Jetzt musst du mal schauen. Das Gesamtbild vom Park ist doch schön. Er hat genug Platz. Sie können noch ein wenig weiter säkeln von dem her. Wie geht es denen eigentlich? Braucht es irgendetwas noch? Oh. Los, los, los. Da hat jetzt aber eine Präsent. Herrlich. Ach, ich liebe das Game. Super. Gut. Aber es nimmt Formen an und finanziell, monetär 50'000 plus. Das ist auch gar nicht so schlecht. Jetzt würde ich mal behaupten. Der Ruf bei der Wissenschaft. Der macht mich jetzt gerade ein wenig nervös. Obwohl das Sabotage-Risiko niedrig ist. Wir nehmen gleich mal noch irgendetwas. Was habe ich jetzt da? Eine Verwaltung. Aufträge. Wir haben ja einen Auftrag. So. Ich hätte da was für Sie. Eine kleine oder eine mittlere Pflanzenfresse. Das Expeditionszentrum. Haben wir natürlich auch noch nicht. Nutzen Sie diese Gelegenheit. So. Oder? Haben wir schon eins? Sagen wir mal. Nein, das ist Fossilienzentrum. Das ist da. So. Jetzt müssen wir zuerst mal noch etwas machen. Dass wir da vielleicht mal noch ein paar Gäste haben. Und. Souvenirladen. Das ist doch geil. Oh, da im Ecken. Schau so. Gerade. Bevor der Wahnsinn anfängt. Oder wenn du rausläufst, kannst du noch deinen Lieblings-Dino als Bleustier mitnehmen. Ha? Rar. Sehr gut. Strom hat das Ding auch. Und ich denke, geschützt ist es auch einigermassen. Gut. Dann heisst das. Wir haben hier noch unsere Schutzstation. Jetzt müssen wir mal schauen. Bei den Betriebsgebäuden. Was würde so eine ACU kosten? 400'000 Franken? Ah nein. Die ACU müssen wir auch noch haben. Gut können wir eigentlich beides ausleisten. Die ACU würde ich tendenziell da hinten platzieren. Weil ich das Gefühl habe, so mit der späteren Aufstellung dann. Das haben wir jetzt sehr schlau gemacht. Jawohl, weg. Danke. Das haben wir jetzt wirklich sehr sehr schlau gemacht. Also die ACU brauchen wir über kurz oder lang sowieso. Wir machen es jetzt so. Dass das hier so ist. Und vom Weg her machen wir es... So, schön rund. Sehr gut. Dann ist das eigentlich erledigt. Und jetzt müssen wir nur noch kurz warten, bis wir hier 400'000 haben. Weil dann würden wir entsprechend... Wie hat das das geheissen? Wart? Wo ist es? Das Expeditionszentrum. Das müssen wir natürlich auch haben. Zwingend. 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 Dann können wir die nächsten Missionen nicht fertig machen. Und verlieren da Ansehen und was weiss ich. Nicht was alles noch. Das geht nicht. Die Stille. Mann, das geht jetzt aber eine Hurenlänge. Komm. 51 plus. Aber es ist schon mal nicht schlecht. Es kommt langsam aber sicher. Kommt der Cashflow zum Laufen. Und der Roy steigt. Huren Business-Sprach. Äh, Business-Sprach da immer. Ich sage das. Genau. Ähm. Trum, trum, trum. Wie sieht es denn aus? Noch 2000, dann können wir eigentlich unser Ding machen. Expeditionszentrum. Komm. Gib mir ein wenig Zahlt an. Ich brauche noch ein wenig Sackgeld. Genau. So haben wir das wollen. Dann schauen wir mal, wie könnte man das hier schick platzieren. Würde das hier so ein wenig... So. Irgendwie wäre das halt eben schon noch cool. Komm. Bauen. Bauen. Bauen jetzt. So, hätten wir das auch. Wie sieht es vom Strom aus? 20 haben wir noch etwas spatzig, würde ich sagen. Ja. Gut. Gut, gut, gut. Nichts, dass wir uns trotzdem nicht aufhalten. Wir müssen jetzt halt das Zeug ein wenig bauen am Anfang. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Okay, was haben wir denn da? Haben wir da irgendetwas bekommen? Ja. Sehr. Huayangosaurus. Es war eine ausragende Arbeit. Sie haben meinen Dank. Gut. Die zwei lassen wir jetzt mal hier rein. Weil die entwickeln wir dann auf der nächsten Insel entsprechend. ähm, entwickeln. Dann hätten wir das einfach gemacht soweit. Wie sieht es jetzt im Augenblick aus mit der Bewertung. 563. Wir kommen unserem Missionsstart näher. Hä? Mit den 600 Leuten. Was haben wir denn da? Okay, dann müssen wir einfach unterhaltig... Steigen Sie den Unterhaltungsruf in dem Sie den Unterhaltungsauftrag abschliessen. Also komm, zeig mal. Was willst denn du? Sie haben kürzlich gute Arbeit gelassen. Forschungszentrum. Und weiss ich, dass Sie für den Auftrag geeignet sind. Machen wir. Also. Das heisst, wir haben ein Fossilienzentrum. Aber ein Forschungszentrum haben wir natürlich noch nicht, hä? Was kostet das? 400? Gut, ja, ja, machen wir. Zusätzliche Mittel können wir immer gebrauchen. Immunreaktionsmodifikationsfrei. Ja, wir nehmen es jetzt mal mit, aber ich garantiere für nichts. Weil weitere Dinosaurier liegen jetzt im Augenblick überhaupt nicht drin, weil es ist schon saumässig, saumässig teuer da gerade. Und für das brauchen wir zuerst mal ein wenig neue Gäste. Aber ich glaube, wir sind nicht schlecht ausgerichtet so. Wie ist denn das da? Da könnte man eigentlich so einen Weg runter bauen, siehst du? Ich meine, diese ist alles baubare Gebäude, Gelände. Mhm. Ja, dann müssen wir uns dann noch etwas überlegen. Oder müssen wir da nochmal so eine Parkallee machen, also so eine da irgendwie weisst, dass man sagt, okay, dann machen wir einen teuren Weg. Auch cool, oder? Da kann man da so ein wenig vorbeigehen, dem Ganzen. Vielleicht könnte man irgendwo dann noch, es gibt ja dann da die Hochbahnen, und es gibt dieses und jenes, was du dann nachher noch machen kannst. Ach, ich freue mich jetzt schon. So, schon wieder falscher Knopf. Herrlich. Schön, ich habe Freude. Ist eben Freude. So, noch 40'000, da können wir ein Forschungszentrum machen. Und der Kummon ist schon wieder fast am Verdurschen. Er hat keinen Kaffee mehr. Hilfe! ha fe.